hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft bad wars mit mir dem torben und dem ja gut dann halt alleine das habt ihr jetzt nicht gehört ja willkommen zu einer neuen minecraft bad wars mit mir und dem flory wir spielen auf der neuen map rummel auf dem rummelplatz die sieht schon ziemlich groß aus ja für drei spieler so groß ist moment wo ist denn erstmal das bett der villager ist da vorne links erstmal für mich ist wichtig wo ein erwachsener fünf dollar ein hier ist das bett alles wenn du hier links rennt und dann rechts da hoch auf das riesenrad oder was da ist glaube ich da ist ja da ist das bett ja wir haben wie ihr seht auch nie gespielt und halt aber man kommt voll schnell in die mitte ach ich ja ich habe übrigens ein chat bahn ja ich bin das so beleidigt wir werden wir beide in der runde dreier teams und in einem team also wir waren mit für müssen wir müssen direkt weil die holen sich das gold wir müssen direkt das bett von den füsten weil ich bin ich bin und und aus dem team was noch übrig war von drei leuten haben zwei gehackt meint was geht also den zweiten hacker habe ich erst bemerkt als ich den chat bahn schon hatte ich bin ja eine andere nämlich ich auch du gehst ablenken ne ne beide der flüge link ab oder neben einfach weil durchkommen nein für das ist das frei wo bist du ich bin hier und wird gerade du musst doch mit zum bett gehen das bett ist frei ja ich bin ja die schlagen mich jetzt so dritt ich bin tot sie haben mich da da hat einer weggeschlagen und in diese scheiß bücher ja direkt noch mal hin wir haben das gold die müssen wir fordern los 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 ok inzwischen haben auch die anderen das gold ja aber die haben das meiste die haben das starrteil gold und außerdem gehen wir auf den sack weil die uns getötet haben und denken dass hier haben wir baut sind oh gott die haben bogen ohne witz jetzt werden ach so die das ist ja ein troll das war auch eine gute attacke torben nice ich bin tot habe ich den ich glaube ohne bogen wird das nicht mehr damit wir jetzt lassen wir auf das linke team ja ok das ist erst gerade in die mitte aber die sind schon voll mit eisen equipment also aber können wir schaffen wir schleichen uns an den vorbei wo ist eigentlich der eisenspawn kommst du ja moment ich habe mich schon an den vorbei geschlichen torben weißt du wo der eisenspawn ist keine ahnung spiel auch zum ersten mal wie gesagt ach ja stimmt ich denke geradeaus da ist so ein grüner stand das ist das einzige was mir noch auffällt wo der sein könnte ja ich schaue mal drei würfe und zehn würfe ich denke hier wird der sein erst mal kill snacken ja hier ist das gibt ja auch was ich habe ein eis ich gebe dir auch was ab erst mal die dicken lags hier kauft ihr noch nichts ich habe mir nur erst mal rüstung und wird das sind hier ich hoffe unser bett jetzt nicht gerade gemacht weil unser mail ist leider auch in der mitte na ja da würde ich ein bisschen ein bisschen flamen genau deswegen einer sollte sich mal langsam so ein bisschen mittig orientieren da wäre ich schon dabei und dann ist auch wieder in der mitte dann macht unser kollege direkt geht er zu team ruhe nice flow ist erst mal runtergeflogen ich wollte mir das gold streichen absichtlich runtergefallen absichtlich runtergefallen ja das ist so sollte jetzt nicht ausgedrückt da war hier ist eine lücke meinst das korrigieren die haben zwei bögen und die machen dauert bei mir pass auf wird ja noch ein gold kriegen ja klar ist kein problem dann könnte ich ja gut ich bringe mir wo mit da bin ich super glücklich drüber dankeschön vielmals ich baue hier jetzt schuss schaden boah alter ich hoffe die gelben schießen ich jetzt nicht runter dann würde ich echt ausrasten ich hätte auch zu rot rennen können aber nee zu grün haben wir so jetzt kann man hier von gelb zumindest nicht getroffen werden ach moment wir sind gar nicht team rot team rot wird das bett vernichtet dann habe ich hier gerade einen durchgelassen auch der rente zum anderen team da ist doch nicht schlimm soll ich nicht hinterher so lange ist solange es nicht unser bett ist ja wird nur angst dass der sich da nee das ist eine leere besser und ich habe angst dass er sich der gute kippt naja scheiß drauf gold hat er nicht oh mein gott alle das sagst du also verknappt ich dachte gerade ich verkackst wieder aber da habe ich tatsächlich mal wieder eine combo rausgehauen seit ewigkeiten und fuck ihr oh gott der poseidon hat aufgepasst ender place hat das spiel verlassen es gibt nur noch einen gelben what the fuck was ist denn das für eine east runde aber echt lol ja den anderen roten kann ich mir auch eben holen ach und jetzt auch noch einer ja ich hole mir dann mal den gelben ok der hat einen bogen pass auf der eine rote müsste hier irgendwo bei grün sein ich gucke da mal vorbei die sind erstmal tulpen drin da freue ich mich doch schon ach gott bin ich blöd jetzt ist der andere ich schieße ich schieße grad ich gehe auf den gelben und frage mich wieso ich den nicht treffe da ist einfach ein glas von wesen das ist so peinlich ach anscheinend hat er war das okay verstehe ich nicht so richtig aber auch gut also nicht von dir sondern der erwischt mich gerade gut aber ich hätte mir vielleicht auch einen bogen kaufen können hätte man aber ach habe ich für dich mit wenn du hier hinkommst ach das da bin ich glücklich so hallöchen floh ach da bist du schon ja klar ist kein problem bist du da doch das bin ich in aller frische ich denke man kann den spinnenweben nicht ordentlich kommen schon spielverderber ja ich gebe dir ich gebe dir feuerschutz bau dich einfach er will durch die spinnennetze schieben ich habe jetzt gehören wir dann machen wird ach so und ich denke schon ich will mir das bettentlich von den typen b aber die so haben die pro gelben den gelbten gelbten die waren eigentlich mit das beste team für uns ja das ach ich kann ja nicht richtig schreiben Das war nicht schwer, sage ich mal so. Also, da war die Runde heute Mittag, also die, die ihr gestern gesehen habt, schon schwerer alleine. Aber gut. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst doch mal eine positive Bewertung da. Und abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, haut herein und... Tschüss. Tschüss.